Dann rufe ich auf die Frage 458. Fragesteller ist der Kollege Frank-Thilo Becher. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten haben Schulen aktuell den Religionsunterricht, der gebunden als evangelischer, katholischer oder Religionsunterricht einer anderen Religionsgemeinschaft erteilt wird, pandemiebedingt, zeitlich befristet, konfessionsübergreifend zu erteilen? Herr Staatsminister Prof. Lorz. Lieber Herr Kollege Becher, gestatten Sie mir bitte, dass ich an dieser Stelle kurz aushole. Nicht, weil Sie das nötig hätten, aber weil das ja doch auch ein bisschen zur allgemeinen Information dient. Der Religionsunterricht hat verfassungsrechtlich betrachtet gegenüber anderen Fächern eine Sonderstellung. Diese ergibt sich daraus, dass er, wie es in Art. 7 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes heißt, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften zu erteilen ist. Wie dieses Übereinstimmungsgebot zu verstehen ist, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner bis heute aktuellen Leitentscheidung aus dem Jahr 1987 in Anlehnung an den großen deutschen Staatsrechtslehrer Gerhard Anschütz so formuliert, ich zitiere, Der Religionsunterricht ist in konfessioneller Positivität und Gebundenheit zu erteilen. Zitat Ende. Hieraus folgt, und das ist jetzt die wichtige Feststellung, die ich treffen möchte, einen konfessionsübergreifenden Religionsunterricht im eigentlichen Sinne kann es nicht geben. Denn ein solcher Unterricht wäre eben kein Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes. Über diese verfassungsrechtliche Regelung kann man sich, und das scheint ja auch natürlich, weil Sie kundig sind, in Ihrer Frage auf, nicht ohne weiteres hinwegsetzen, auch nicht in einer Pandemie. Denn es handelt sich bei Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes nicht nur um eine objektiv-rechtliche Bestimmung, also um die sogenannte institutionelle Garantie für den Religionsunterricht, sondern diese Vorschrift vermittelt auch grundrechtliche Ansprüche, und zwar sowohl den Kirchen- und Religionsgemeinschaften, mit denen der Staat kooperiert, als auch den Eltern sowie, wenn sie religionsmündig sind, den Schülerinnen und Schülern. Und daher kann man das Fach Religion nicht einfach überkonfessionell unterrichten. Denn Religionsunterricht in der Pandemie nicht vorzusehen, ist aber ebenfalls keine Option, denn er ist, auch das steht ja im ersten Satz von Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes, ordentliches Lehrfach und hat einen festen Platz in der Stundentafel. Wenn ich daher Ihr Anliegen richtig verstehe, lieber Herr Kollege Becher, und da Sie ja nun als gelernter Theologe und Pfarrer selbst vom Fach sind, vermute ich jetzt einfach mal, dass ich das richtig auffasse, dann geht es Ihnen weniger um die Konfessionalität des Religionsunterrichts als solche, sondern vielmehr darum, so interpretiere ich Ihre Frage, ob es unter den Bedingungen der Pandemie möglich ist, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Konfession gemeinsam unterrichtet werden, um auf diese Weise die Lerngruppen nach Möglichkeit konstant zu halten. Und darauf lautet die Antwort, das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, setzt aber insbesondere Freiwilligkeit auf Seiten der Eltern bzw. der religionsmündigen Schülerinnen und Schüler voraus. Denn, schon mit Blick auf die Religionsfreiheit als solche, ist es nicht zulässig, eine Schülerin oder einen Schüler dazu anzuhalten, ohne oder gar gegen seinen oder ihren Willen an einem Religionsunterricht teilzunehmen, der nicht dem eigenen Bekenntnis entspricht. Und da muss man genau hinschauen, denn der gemeinsame Religionsunterricht, über den wir hier sprechen, ist nach dem, was ich vorhin erläutert habe, das war auch der Sinn der ausführlichen Ausführungen, ist nun einmal in jedem Fall ein konfessioneller Religionsunterricht. Also in den meisten Fällen wird es evangelischer oder katholischer, aber eben kein konfessionsübergreifender Religionsunterricht sein. Und dann ist halt die Frage, wer nimmt daran sozusagen in der gemeinsamen Lerngruppe teil. Sie sehen also, es geht hier ganz stark um Rechtsgüter von Verfassungsrang, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Da geht es um den Schutz von Leben und Gesundheit, das ist die große Herausforderung in der Pandemie, um die Religionsfreiheit, um das Erziehungsrecht der Eltern und um die institutionelle Garantie von Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und weil das zugegebenermaßen nicht so einfach ist, hat das Kultusministerium schon im letzten Jahr einen Erlass zu dieser Herausforderung herausgegeben. Das ist unser Erlass vom 4. September 2020. Hinweise zur Organisation und Ausgestaltung der Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht im Schuljahr 2020-21 unter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie. In diesem Erlass werden eine ganze Reihe von Hinweisen und Anregungen gegeben, wie dieser gerechte Ausgleich zwischen den verschiedenen Verfassungsgütern funktionieren kann, angepasst an die vier Stufen der Leitlinien zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020-21. Grundsätzlich gibt es hierbei jedoch keine pauschalen Lösungen, die überall passen würden. Das hängt nämlich immer von den jeweiligen Verhältnissen in einer Schule, Jahrgangsstufe oder Klasse ab. Und daher sind auch im Szenario des eingeschränkten Wechselbetriebs zum Beispiel klassenübergreifende Lerngruppen im Religions- oder Ethikunterricht weder zwingend vorgeschrieben noch kategorisch ausgeschlossen. Letztendlich gilt hier, was ich auch an anderer Stelle immer wieder sage, nämlich erstens, das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrkräfte hat oberste Priorität und zweitens, absoluten Schutz vor einer Covid-19-Infektion, also eine Senkung des Ansteckungsrisikos auf null, kann es auch in der Schule leider nicht geben. Danke, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Becher. Sehr geehrter Herr Staatsminister, ganz herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr verstanden von Ihnen. Ich möchte aber trotzdem noch einmal nachfragen, würden Sie denn die Anwendung der unter Römisch 7 im Erlass des hessischen Kultusministeriums aufgeführte Ausnahme zur Bildung konfessionell gemischter Lerngruppen als eine hilfreiche Unterstützung sehen im Sinne einer Kohortenbildung eines Präsenzunterrichts? Herr Minister. Ich muss gestehen, lieber Kollege Becher, ich habe jetzt Schwierigkeiten, spontan die Ziffer Römisch 7 unseres Erlasses zu finden. Wenn Sie mir ein bisschen Zeit zum Nachschlagen geben, könnten wir das machen. Aber sonst antworte ich Ihnen jetzt einfach pauschal. Wenn wir das in unserem eigenen Erlass so aufgeschrieben haben, dann wird das seinen guten Sinn und Zweck haben. Und dann ist es sicherlich auch vorteilhaft, wenn man davon Gebrauch machen kann. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Becher. Dann würde ich auf dieser Spur gerne noch eine Frage weitergehen. Können Sie sich denn vorstellen, dass es sinnvoll sein könnte, Gespräche mit den Kirchen zu führen, mit dem Ziel, dass es Empfehlungen an die kirchlichen Schulämter gibt, diesen Schritt den Schulen nahezulegen? Das kann ja nur den Charakter einer Empfehlung haben, denn Sie haben recht, es braucht die Zustimmung der Eltern, es braucht die Zustimmung der Schülerinnen und Schüler. Aber es wird in Schulen ja auch in Hessen praktiziert. Von daher wäre das ja möglicherweise ein Weg, den man gemeinsam mit den Kirchen aus dem Ministerium heraus anstoßen könnte. Sehen Sie das so, oder? Herr Minister. Herr Kollege Becher, wir haben in der Tat natürlich mit den beiden großen Kirchen bereits darüber gesprochen, und zwar in Anlehnung an die Regelung, die in Bayern getroffen worden ist, wo ja die Verfassungslage grundsätzlich die gleiche ist wie in Hessen. Da gilt auch Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und das ist natürlich uneingeschränkt, weil Bayern ja keines der Länder ist, die unter die Bremer Klausel fallen. Aber auch in Bayern ist, wenn man genau hinsieht, kein konfessionsübergreifender Religionsunterricht eingeführt worden, sondern es sind verschiedene Modelle entwickelt worden, die sich eben damit befassen. Da sind wir wieder bei unserem Thema, wie Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlicher Konfession oder auch ohne Konfession gemeinsam unterrichtet werden können. Und mit dieser gemeinsame Unterricht ist also genau wie in Hessen entweder ein konfessioneller Religionsunterricht oder ein Ethikunterricht, also gerade kein überkonfessioneller Religionsunterricht, auch keine Religionskunde und auch keine Kombination aus Religions- und Ethikunterricht. Das heißt, wir haben festgestellt, dass diese bayerischen Modelle im Wesentlichen dem entsprechen, was auch im hessischen Erlass zu Religionsunterricht und Corona ausgeführt ist. Der Unterschied besteht, wenn man so will, vor allem in der Regelungstechnik. Und das wiederum hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es in Hessen auf der Grundlage des allgemeinen Erlasses Religionsunterricht schon seit 1999, also unabhängig von Corona, die Möglichkeit gibt, unter bestimmten Voraussetzungen konfessionellen, also typischerweise evangelischen oder katholischen Religionsunterricht, in konfessionell gemischten Lerngruppen zu erteilen. Das heißt, wir hatten die Grundlage schon. Und hieran konnten wir bei unseren Überlegungen zum Thema Religionsunterricht und Corona anknüpfen und den Regelungs- und auch den Planungsaufwand für die Schulen entsprechend geringer halten. Und das alles haben wir in vollständigem Einvernehmen und in Absprache mit den beiden großen Kirchen so durchgeführt. Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Ich rufe auf die Frage 460. Die Fragestellung ist die Kollegin Strube. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, inwieweit dürfen Ersatzschulen von den geltenden Vorgaben für den Schulbetrieb in Bezug auf Distanz und Präsenzunterricht abweichen? Herr Minister, Prof. Lorz. Frau Abg. Struhe, Ersatzschulen sind Einrichtungen im Sinne des § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes. Demnach unterliegen sie ebenfalls den rechtlichen Vorgaben des § 3 Abs. 1 Satz 1 der Corona-Einrichtungsschutzverordnung in der aktuell geltenden Fassung. Die in dieser Vorschrift geregelte Stufung von Präsenz-, Distanz- und Wechselunterricht ist nicht auf öffentliche Schulen beschränkt. Von ihrer Geltung sind nach § 5 Abs. 1 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung nur die nicht staatlich anerkannten Ersatzschulen ausgenommen, soweit diese auf die Teilnahme an Nichtschülerprüfungen vorbereiten. An diesen Schulen sind lediglich die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene, wo immer möglich, zu beachten. Abweichungen der übrigen Schulen in freier Trägerschaft hinsichtlich der Unterrichtsorganisation gegenüber den öffentlichen Schulen, wie sie im Erlass vom 14. Dezember 2020 unter § 2 grundsätzlich vorgesehen sind, sind zurzeit jedoch nicht möglich. Bei einer Rückkehr zum Präsenzunterricht steht es dem Ersatzschulträger frei, die Unterrichtsorganisation in den Grenzen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Eltern nach Maßgabe eigener pädagogischer oder organisatorischer Vorstellungen zu ändern, solange dadurch nicht die Voraussetzungen der Genehmigung und gegebenenfalls der Anerkennung als Ersatzschule berührt werden. Das schließt grundsätzlich die Befugnis ein, vom eingeschränkten Regelbetrieb zum Wechselmodell oder zum Distanzunterricht entsprechend den Stufen des Leitfadens überzugehen, auch ohne, dass eine Anordnung des Gesundheitsamts oder des staatlichen Schulamtes vorliegt. Um den Behörden den Überblick über die organisatorischen Gestaltungen in ihren Amtsbezirken zu erhalten, sollten Gesundheitsamt und staatliches Schulamt freilich vom Wechsel in eine höhere Stufe unterrichtet werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf. Die Frage 461 Fragesteller ist Herr Abg. Janke Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, warum kann sie seit Jahren der Stadt Frankfurt keine Auskunft darüber geben, ob und inwiefern sie die Stadt Frankfurt bei der Errichtung eines Hebammenstudiums unterstützt? Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Abg. Pürsün, Ihre in der Frage enthaltene Äußerung kann ich nicht nachvollziehen. Zuständig für die Hebammenausbildung sind die Hochschulen. Diese sind deshalb auch der erste Ansprechpartner der Landesregierung für die Umsetzung der Akademisierung der Hebammenausbildung, und zwar als künftige Träger der Ausbildung. Ziel des Landes ist es dabei, eine landesweit ausgewogene Ausbildungsstruktur zu schaffen, die selbstverständlich auch die Stadt Frankfurt einbezieht. Hier sind wir aktuell in guten Gesprächen, was die zügige und passgenaue Etablierung der eben genannten landesweit ausgewogenen akademischen Ausbildungsstruktur im Bereich der Hebammenkunde betrifft. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Staatsministerin. Also der Hintergrund der Frage ist, dass die Stadt Frankfurt seit Jahren meine Anfragen als Stadtverordneter nicht beantworten kann, ob es ein Hebammenstudium in Frankfurt geben wird. Dazu scheinen Sie nicht auskunftswillig oder fähig gewesen zu sein. Sie haben jetzt wieder kein Datum genannt. Wann wird es ein Hebammenstudium in Frankfurt geben? Frau Ministerin. Wir stehen tatsächlich kurz vor dem Abschluss unserer Gespräche. Es geht um ein landesweites Konzept. Wir wollen landesweit ein übergreifendes Konzept haben mit verschiedenen Standorten, übrigens auch mit verschiedenen Hochschultypen, dass wir es schaffen, sowohl die Frage der anwendungsorientierten Studiengänge, also der HAW zu verschränken, mit der Universitätsmedizin der Universitäten. Diese Gespräche sind weit fortgeschritten und ich glaube, dass wir bald dazu uns auch dann öffentlich miteinander äußern können. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Dr. Sommer. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne wissen, wenn Sie sagen, ausgewogene Ausbildung, momentan haben wir ja Fulda, so wie Sie das jetzt gerade angeschiziert haben, folgt Frankfurt. Ist das denn dann ausgewogen oder kommen weitere Standorte hinzu? Sie sprachen ja von verschiedenen Standorten und können Sie uns schon sagen, wo die dann zu finden sind, wenn auf der einen Seite Fulda und Frankfurt eben ist ja nicht ganz Hessen, sondern dazwischen gibt es ja auch noch etwas. Dankeschön. Frau Ministerin. Da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Kollegin Sommer. Tatsächlich haben wir einige Bewerbungen bekommen der verschiedenen Hochschulen und haben mit den Hochschulen in den letzten Monaten intensive Gespräche geführt. Die Bewerbungen kamen aus Fulda, gemeinsam mit Marburg. Es gab Bewerbungen aus Gießen und zwar auch von beiden Hochschulen dort und aus den beiden Hochschulen aus Frankfurt. In meiner Angelegenheit war es dann, mit diesen verschiedenen Bewerbungen so umzugehen, dass wir ein passgenaues Konzept erreichen. Und diese Gespräche sind sehr produktiv und sehr konstruktiv. Und ich glaube, dass wir am Ende über tatsächlich drei Standorte dann am Ende reden können, die in einer sehr verzahnten Art und Weise diese akademische Ausbildung übernehmen. Da bin ich auch immer wieder in guten Rücksprachen mit dem Haben Sie gewesen, damit wir diese Reform der Ausbildung dann auch gut übersetzen können, auch was die Frage der Ausbildungsplätze angeht. Und wie gesagt, diese Gespräche waren durchaus auch über einige Monate nicht ganz einfach, weil natürlich auch verschiedene Interessen da sind. Aber sie sind auf einem sehr guten Weg, sodass ich glaube, dass wir bald einen Abschluss erreicht haben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Staatsministerin. Also die Diskussionen gehen ja schon eine Weile. Sie sprechen von der Bereitschaft der Hochschulen. Wenn das Studium nicht jetzt sofort losgeht, fehlt uns ein Abschluss im Jahrgang an Hebammen. Das wäre sehr kritisch. Kann ich dann Ihren Äußerungen entnehmen, dass diese Verzögerung dann nicht aufgrund der Hochschulen eintritt, sondern aufgrund der langsamen Aktion Ihres Hauses? Frau Ministerin. Ganz im Gegenteil, Herr Kollege Pürsün. Wir sind eine der wenigen Bundesländer, die schon einen akkreditierten Studiengang für die Hebammenkunde haben. Wir haben ja auch eine längere Übergangszeit für die Akademisierung der Hebammenausbildung. Und insofern gehören wir zu einem der führenden Bundesländer in der Frage, dass wir genau bei dieser Hebammenkunde, die jetzt durch die Bundesreform entsprechend gefordert ist, bilden wir jetzt schon aus, nämlich mit dem Standort in Fulda. Die waren dort bundesweit ein Modellprojekt und haben es jetzt geschafft, für das letzte Wintersemester die Akkreditierung zu schaffen. Das heißt, wir sind jetzt schon dabei und bilden über 50 Personen schon in diesem akademisierten Ausbildungsstruktur aus. Und jetzt werden weitere folgen. Und insofern sind wir keineswegs verzögert, sondern im Gegenteil sehr, sehr erfolgreich. Und ich freue mich, dass das so gemeinsam gelingt, das Projekt, weil das ist in der Frage des Übergangs von der Ausbildungsstruktur hin zur Akademisierung ist alles andere als einfach. Aber mit vereinten Kräften sind wir da auf einem sehr guten Weg. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Deswegen rufe ich auf die Frage 462. Fragesteller ist der Kollege Janke Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung. Welche Förderung und Finanzierung hat sie an die Landesseniorenvertretung eingestellt? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter, entgegen der Ihrer Fragestellung zugrunde liegenden Annahme hat die Landesregierung weder Förderungen noch Finanzierungen eingestellt. Die Gewährung einer Landeszuwendung bedarf der Antragstellung. Es liegt zwar ein Antrag der Landesseniorenvertretung Hessen für das Haushaltsjahr 2021 vor. Über die Gewährung einer Zuwendung kann jedoch, wie bei allen gleichartigen Anträgen, erst dann entschieden werden, wenn von der Landesseniorenvertretung ein Antrag mit Finanzierungs- und Wirtschaftsplan entsprechend der Vorgaben vorgelegt wird. Ein solcher Antrag liegt dem Ministerium bisher nicht vor. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, es gibt ein Schreiben vom 25. September letzten Jahres an den Herrn Ministerpräsidenten, Kopie auch an Sie und die Fraktion. Da werden verschiedene Probleme geschildert. Inzwischen ist es so, dass auch aus den Landkreisen Rückfragen kommen zur Finanzierung der Landesseniorenvertretung. Ich hatte es in der kursorischen Lesung angesprochen und hatte da keine befriedigende Antwort bekommen. Ist die Landesseniorenvertretung von Ihnen unterstützt worden, damit die Arbeit fortgesetzt werden kann? Herr Minister Klose. Herr Abgeordneter, die Landesregierung unterstützt die Landesseniorenvertretung seit vielen Jahren und selbstverständlich auch in diesem Antragsverfahren. Bewilligungsbehörde ist das Regierungspräsidium Gießen. Das befindet sich im Austausch darüber mit der Landesseniorenvertretung mit dem Ziel, einen dann auch zustimmungsfähigen Antrag zu entwickeln. Das ist bisher seitens der LSVH nicht gelungen. Aber wir sind zuversichtlich, dass es noch gelingt. Schließlich stehen ja auch in diesem Haushalt bis zu 83.000 Euro für die Landesseniorenvertretung zur Verfügung. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, können Sie die Zusage oder Ihre konkrete Einschätzung abgeben, dass Sie glauben, dass es funktionieren wird, dass die Landesseniorenvertretung erhalten bleibt. In dem Schreiben wird erwähnt, dass das Personal nicht mehr bezahlt werden kann und für die Landkreise, die dort verantwortlich sind, ist die Landesseniorenvertretung aktuell nicht erreichbar. Also geben Sie die Einschätzung ab, dass es fortgesetzt werden kann. Herr Minister Klose. Herr Abgeordneter, wir unterstützen, wie ich es eben bereits gesagt habe, die Landesseniorenvertretung, weil wir alle ein hohes Interesse daran haben, dass sie ihre Arbeit auch fortsetzen kann. Dennoch muss auch die Landesseniorenvertretung die Mindestanforderungen für eine solche Antragstellung erfüllen, so wie alle anderen auch, sonst wäre das auch hochgradig ungerecht im Vergleich zu anderen Antragstellern. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich aufrufen, die Frage 463, eine Frage des Kollegen Warnecke. Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen zu Ihrem Wahlerfolg in Hersfeld-Rotenburg gratulieren. Werden Sie natürlich noch gebührend zur Zeit, wenn Sie uns verlassen werden, verabschieden. Allerdings will ich durchaus sagen, Sie werden uns fehlen. Und mir insbesondere werden Ihre Fragen an Herrn Kollegen Al-Wazir fehlen. Ich habe sozusagen das Land Hessen besser kennengelernt durch Ihre Fragen betreffend, welchen Kilometer einer Landstraße auch immer. Lieber Herr Kollege Warnecke, Sie haben wieder die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, aber heute an den Innenminister. Vielen Dank, Herr Präsident. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, jetzt, wie ich gesehen habe, ist die Zuordnung nicht an Herrn Al-Wazir erfolgt, aber Sie hätten das vielleicht ja auch beantworten können. Also, ich darf die Frage stellen, wie stellt Sie sicher, die Landesregierung, dass von den Landesbehörden gemachte Aufnahmen von beispielsweise Bränden, Autounfällen oder Behördeneinsätzen nicht aufgrund kostenloser Verwertung durch Dritte in Konkurrenz zu fotojournalistischen Aufnahmen durch Pressevertreterinnen und Pressevertreter veröffentlicht oder genutzt werden. Herr Staatsminister Beuth. Herr Landrat in Lauerstellung, ich darf die Frage beantworten und bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass ich jetzt hier ins Kreuzfeuer geraten bin und das eigentlich der Kollege Al-Wazir gemeint war. Aber gleichwohl, das ist in großer Einigkeit, wird die Landesregierung sozusagen hier die Frage beantworten. Und zwar, es gehört zu den Informationsaufgaben der Medien, die Allgemeinheit über Ereignisse von öffentlichem Interesse durch Beobachtung der Vorgänge zu unterrichten. Aufgabe der Polizei und der kommunalen Gefahrenabwehrbehörden ist es dagegen, Gefahren abzuwehren und Straftaten zu verfolgen. Insbesondere die Polizei bedarf hierbei des Vertrauens der Bevölkerung, um ihre Aufgaben wirkungsvoll zu bewältigen. Dazu ist es ebenfalls erforderlich, die Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Polizei zu informieren und die Arbeit zu erklären. Die Polizei wendet sich daher entweder unmittelbar an die Bürgerinnen und Bürger oder bedient sich hierbei der Medien. Gleichwohl setzt die Hessische Landesregierung auch beim vorliegenden Spannungsfeld, was ja nicht völlig bestreitbar ist, auf einen sachlichen, vertrauensvollen, offenen und verlässlichen Umgang mit den Medien. Entsprechend gibt es für die hessischen Polizei und Gefahrenabwehrbehörden Richtlinien und Handlungsempfehlungen, die unter anderem zum Ziel haben, Behinderungen bei der Durchführung der Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörden einerseits und der freien Ausübung der medialen Berichterstattung andererseits zu vermeiden. Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Sehr geehrter Herr Minister Beuth, Sie sprechen von dem Spannungsfeld und wissen, dass dieses Spannungsfeld sich in der Tat in einem zeitlichen Rahmen bewegt. Gibt es denn Ihrerseits Bestrebungen, die Dokumentation, fotojournalistische Dokumentation etwas hinaus zu zögern, um den Journalistinnen und Journalisten den zeitlich notwendigen Vorsprung zu geben, den sie für die Verwertung ihrer Produkte benötigen? Denn das Veröffentlichen auf einer Seite des Innenministeriums oder eines Polizeipräsiums will ich nicht infrage stellen. Aber haben Sie da Ideen für so etwas? Herr Minister? Es gibt zum einen natürlich Richtlinien oder was, wie das alles gemacht werden muss, aber damit kommen wir ja keinen Millimeter weiter. Wenn es erforderlich ist, dann müssen natürlich auch die Gefahrenabwehrbehörden entsprechend die Kanäle nutzen, die wir heute haben, um halt eben auf Gefahrenpunkte oder sonst irgendwie was hinzuweisen. Das kann dann schon mal sein, dass das auch zeitlich sozusagen vorgelagert ist vor einer medialen Befassung. Aber das ist ein Spannungsfeld, das bleibt dabei. Die Polizei hat kein eigenes Interesse daran, jemand anderen aus dem sozusagen dort zu verdrängen oder ihn in irgendeiner Form zu behindern, aber um ihre eigene Arbeit und ihren eigenen Auftrag zu erfüllen, ist es halt manchmal erforderlich, halt eben auch entsprechende Berichterstattung sozusagen selbst loszutreten. Ich gehe mal davon aus, dass das insbesondere im Bereich Social Media etwas ist, was Sie in einer besonderen Form dort jetzt gerade beschwert hat. Aber ich glaube, dieses Spannungsfeld kann man nicht mit Regeln völlig auflösen. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 464. Fragesteller ist auch hier der Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister der Finanzen, Herr Bottenberg, ich darf Sie fragen, wie hoch ist die aktuelle Einnahme, die das Land Hessen aus der kommunal erhobenen und an das Land Hessen zur errichtende Krankenhausumlage in Summe im Jahr 2020? Herr Staatsminister Bottenberg. Ja, Herr Kollege Warnecke, zunächst auch von meiner Seite einen herzlichen Glückwunsch, wenngleich Sie wahrscheinlich verstehen werden, wenn ich auf der anderen Seite bedauere, dass der amtierende Landrat das nicht hinbekommen hat. Das hat schwierige Umstände vor Ort, über die wir beide uns an verschiedenen Stellen, auch im Haushaltsausschuss, hin und wieder ausgetauscht haben. Was mir an Ihnen fehlen wird, weiß ich heute noch nicht. Darüber muss ich dann noch mal nachdenken. Aber jetzt, ja, es wird irgendwas sein, seien Sie sicher, und sei es sein norddeutscher Charme. Also, ich kann Ihre Frage, die sehr präzise ist, sehr präzise beantworten. Die Einnahme, die dem kommunalen Finanzausgleich im Rahmen der Krankenhausumlage in Summe im Jahr 2020 zugeflossen ist, beträgt 129.375.148 Euro. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufen wir auf. Die Frage 465, Fragestellerin, ist die Kollegin Angelika Löber. Ich frage die Landesregierung. Warum liegt Hessen bei der Zahl der Finanzierungsrunden und der Investitionssumme für Start-ups noch hinter Sachsen auf Platz 7 der Bundesländer, wie das aktuelle Start-up-Barometer von Ernst & Young zeigt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abg. Löber, der jährlich von EY vorgelegte Start-up-Barometer ruft zwar regelmäßig erhebliches Medieninteresse hervor, er lässt aber nach Auffassung der Landesregierung keine wirklich aussagekräftigen Rückschlüsse auf die tatsächliche Qualität eines Start-up-Ökosystems zu. Das liegt daran, dass der EY-Start-up-Barometer keine zuverlässigen und umfassenden Datenquellen auswertet, sondern hauptsächlich Pressemitteilungen und Presseberichterstattung berücksichtigt. Aufgrund dieser Datenquellen bietet er lediglich Hinweise auf öffentlich kommunizierte und von EY wahrgenommene erfolgreiche Finanzierungen und keine harten Daten und Fakten. So wird zum Beispiel im EY-Start-up-Barometer für alle hessischen Start-ups eine Finanzierungssumme von insgesamt 43 Millionen Euro für 2020 angegeben. Allerdings hat alleine ein einziges Start-up, das hessische Start-up Sol Active, in einer einzigen Finanzierungsrunde 2020 rund 49 Millionen Euro erhalten. An diesem Beispiel können Sie sehen, dass das zumindest kein ganzes Bild ist, was wir dort gezeigt bekommen. Andere Studien greifen auf deutlich mehr Quellen zurück, um das Investitionsgeschehen möglichst umfassend zu berücksichtigen. Und um verlässlichere Zahlen zu ermitteln, wurde im Auftrag meines Ministeriums 2020 erstmals der deutsche Start-up-Monitor hessenspezifisch ausgewertet. Der vom Bundesverband Deutsche Start-ups e.V. erstellte Hessen Start-up-Monitor zählt 2020 insgesamt 110 Finanzierungsrunden hessischer Start-ups und ordnet Hessen im Bundesländervergleich nach den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie Bayern und Nordrhein-Westfalen auf Platz 5 ein. Die Auswertung wurde Ende Februar veröffentlicht. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Dr. Naas. Einmal zu viel gedrückt. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Staatsminister, sind Sie denn mit Platz 5 zufrieden? Weil Platz 5 deckt sich ja mit weiteren Studien. Insofern ist das keine wirkliche Überraschung. Herr Minister. Sehr geehrter Herr Naas, wenn man sich die Flächenländer betrachtet, am Ende, sagen wir, hinter Bayern und Nordrhein-Westfalen liegt und sich dann mal anschaut, dass in Hessen 6 Millionen Menschen und in Bayern so um die 12 und in NRW so um die 18 leben, dann finde ich jetzt, muss man sich da nicht verstecken. Gibt es weitere Zusatzfragen? Kollege Kaffenberger. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, dass Sie ausgeführt haben, dass der EUI-Startup-Barometer lediglich auf Pressemitteilungen abstellt, wäre es denn nicht gerade, aus Ihrem Haus ist man ja auch bekannt für gute Pressearbeit, geboten, dass den Startups in Hessen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit durch das Wirtschaftsministerium noch mehr Unterstützung zukommt, damit sie auch da künftig im EUI-Startup-Barometer entsprechend berücksichtigt werden? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Kaffenberger, ich bedanke mich und vor allem auch im Namen der Pressestelle des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für das Lob für unsere Pressearbeit, aber ich bin nicht der Auffassung, dass der Staat alles kann. Jetzt haben wir schon zwei zusätzliche Fragen gehabt. Jetzt kann nur noch die Kollegin Löber. Ja, ist es richtig, Herr Minister, dass Sie dann nur die eigenen Monitorerhebungen für aussagekräftig erachten und nicht die, die eben von anderen Unternehmen oder Einrichtungen getätigt wurden, die vielleicht sogar ja viel unabhängiger Untersuchungen vornehmen, wie das die eigene Landesregierung dann machen würde? Herr Minister. Frau Abgeordnete Löber, das ist nicht eine eigene Erhebung, sondern es ist eine von uns in Auftrag gegebene hessenspezifische Auswertung des deutschen Startup-Monitors. Das ist was anderes, sondern der deutsche Startup-Monitor, der wird jedes Jahr gemacht und wir sind dann diejenigen, die an dieser Stelle gesagt haben, wir hätten gerne noch mal eine hessenspezifische Auswertung, so ähnlich wie bei Mobilität in Deutschland oder anderen Studien, die gemacht werden und wo man doch mal zusätzlich beauftragt, dass man eben genauer hinschaut. Und deswegen schauen wir uns alle Auswertungen an. Aber ich sage mal, der deutsche Startup-Monitor ist ja bekanntermaßen einer der umfangreichsten in diesem Bereich. Deswegen ist er schon der Richtige. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt wäre Frau Löber die Einzige, die noch eine Frage stellen kann. Haben Sie denn noch eine Frage? Jawohl. Ja, auch wenn das, wie Sie sagen, der einzig Richtige ist, würden Sie auch bei anderen Umfragen, anderen Ergebnissen genauer hinschauen, wo eventuelle Schwierigkeiten aufgedeckt werden oder Verbesserungspotenzial für Hessen liegen würde? Herr Staatsminister Halver. Selbstverständlich, natürlich. Wir schauen uns alle Untersuchungen an und wenn man dann an bestimmten Punkten schlecht abschneidet, muss man schauen, sozusagen kann man irgendwas verbessern. Wenn aber, Stichwort EUI, das war ja Ihre Ausgangsfrage, zum Beispiel gesagt wird, dass in Hessen vergleichsweise wenig Finanzierung für Startups da ist und man stellt dann fest, dass alleine eine einzige Startup mehr an Summe bekommen hat als EUI für alle ausweist, dann ist offensichtlich die Datengrundlage von EUI jedenfalls nicht breit genug. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich rufe auf die Frage 466. Das ist der Kollege Degen. Ich frage die Landesregierung. Wie kommt die hessische Lehrkräfteakademie Lehrkräften im Vorbereitungsdienst im Prüfungssemester angesichts der pandemiebedingten erschwerten Ausbildungslage entgegen, beispielsweise durch einen zusätzlichen Freiversuch? Herr Ministerpr. Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, für die Durchführung der zweiten Staatsprüfungen wurde bereits im Frühjahr 2020 ein sogenanntes Corona-Format entwickelt und mit der Kultusministerkonferenz abgestimmt, das auch nach wie vor bei Bedarf angewendet werden kann, sollte pandemiebedingt keine Lerngruppe oder sollten nur Teile einer Lerngruppe in Präsenz zur Verfügung stehen. Die dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom 17. April 2020 ermöglicht, dass, soweit eine unterrichtspraktische Prüfung wegen des eingeschränkten Unterrichtsbetriebs infolge der Coronavirus-Pandemie nicht durchgeführt werden kann, an die Stelle der unterrichtspraktischen Prüfung ein Kolloquium treten kann. Die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat erörtert dann in dem Kolloquium mit dem Prüfungsausschuss mündlich die Ausarbeitung der Unterrichtsentwürfe. Dabei finden die planerischen Überlegungen, fachliche Aspekte und die methodische Umsetzung auch im Hinblick auf einen möglichen Medieneinsatz Berücksichtigung. Mit dieser flexiblen Handhabe konnten bzw. können die zweiten Staatsprüfungen auch während der Pandemie durchgeführt werden. Danke, Herr Minister. Zusatzfrage, Kollege Degen. Besten Dank, Herr Kultusminister. Angesichts der Tatsache, dass künftige Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler unterrichten sollen und dies auch nachweisen sollen, dass sie das können und nicht in einem Kolloquium reden. Weshalb schließen Sie dann aus, wirklich einfach die Möglichkeit zu geben, das zu verlängern, um hoffentlich in einem halben Jahr dann zu zeigen, dass man unterrichten kann? Herr Minister. Herr Kollege Degen, das wäre aber auch mit einem Freiversuch nicht zu machen. Wenn ich das wörtlich nehme, was Sie gerade eben gesagt haben, dann muss ich zwangsweise für alle Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst den Vorbereitungsdienst verlängern und muss sagen, die können im Prinzip ihren Vorbereitungsdienst nicht abschließen und keine zweite Prüfung ablegen, bevor nicht die Lage so ist, dass sie wieder entsprechende unterrichtspraktische Prüfungen durchführen können. Wir sind uns völlig darüber einig, dass natürlich Letzteres die vorzugswürdige Alternative ist, aber deswegen den jungen Leuten zu sagen, ihr könnt deswegen nicht weitermachen, sondern ihr müsst erst einmal warten, bis sich die Pandemielage beruhigt hat und dann könnt ihr eure Prüfungen ablegen, das fände ich an dieser Stelle auch unverhältnismäßig. Vizepräsident Frank Lortzmann, Präsident Norbert Kartmann, Präsident Norbert Kartmann, Herzlichen Dank, Herr Minister. Es gibt eine Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, können Ihre Beobachtungen bestätigen, wie das in einem offenen Brief an die Lehrkräfteakademie geäußert wurde vom 6. Februar, dass die Leistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nachgelassen haben. Hier ist ausdrücklich die Rede von insgesamt schlechten Noten des zweiten Hauptsemesters. Kann das die Lehrkräfteakademie bestätigen, dass es zu schlechteren Leistungen kommt? Herr Minister. Herr Kollege Degen, wir müssen uns diese speziellen Zahlen, auf die Sie jetzt verweisen, natürlich noch einmal anschauen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wir haben aufgrund der Erfahrungen mit den zweiten Staatsprüfungen im letzten Jahr jedenfalls keine höhere Nichtbestehensquote feststellen können. Auch das war für uns ein Hinweis darauf, dass da kein spezieller Handlungsbedarf besteht. Ich habe es jetzt jedenfalls nicht vorliegen, eine genaue Untersuchung der einzelnen Punkte, die in der Prüfung erzielt worden sind. Aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall keine signifikante Steigerung der Nichtbestehensquote. Da im Moment sowieso jeder, der die zweite Staatsprüfung besteht, auch eine Planstelle bei uns bekommt, ist die Frage der genauen Notenstellen hinterm Komma auch nicht so ganz relevant. Vielen Dank. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit sind wir am Ende der Fragestunde angelangt.